In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du bessere Kontakte machst, wie du die Schlagfläche besser kontrollierst für bessere Richtung, wie du den Slice minimierst, wie du das frühzeitige Auflösen der Handgelenke verhinderst und vor allem, wie du zu mehr Schleerkopfgeschwindigkeit kommst. Und was das Ganze mit Zahnpasta zu tun hat, erzähle ich dir gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Wenn man ein paar Jahre bereits Golf spielt, dann hat man irgendwann mal gehört, dass man den Schläger ganz leicht greifen soll. Wie ein kleines Vogel, das man nicht verletzen möchte. Oder wie Zahnpasta hier, die man nicht ausquetschen möchte. Ich habe mir vor kurzem ein kleines Gerät gekauft, das ich ganz gerne verwende, um meine Schüler zu testen. Das ist ein elektronisches Hand-Dynanometer. Da kann man damit messen, wie stark der Griffdruck ist von einer Person. Das mache ich jetzt mal ganz kurz bei mir. Und ich drücke mal so fest zu, wie ich kann. Und ich komme auf fast 62 Kilo mit meiner rechten Hand. Und jetzt mache ich das mal mit der anderen Hand. Ich bin schon etwas müde heute. Schauen wir mal. So, 59,5 Kilo, also fast so viel wie mit der rechten Hand. Links habe ich 59,5, rechts irgendwas mit 61, irgendwas. Auf alle Fälle siehst du, dass das eine relativ hohe Kraft ist. Ich habe diesen selben Test mit ein paar Schülern von mir gemacht. Weibliche Hobbygolfer und männliche Hobbygolfer. Die Damen drücken so normalerweise so 20 bis 25 Kilo. Und die männlichen Hobbygolfer meistens so zwischen 25 bis maximal 40 Kilo. Das heißt, du siehst, dass die Hobbygolfer wesentlich weniger drücken als Profigolfer. Übrigens habe ich das auch mit vielen von meinen Profigolfern getestet. Es ist durchaus üblich, dass die über 60 Kilogramm drücken. Und auch TPI, das Titles Performance Institute, sagt, ein Tourspieler braucht mindestens 50 Kilogramm Handkraft hier, damit er ordentliche Kontakte machen kann. So, was heißt das nun für den Hobbygolfer? Wenn du nun jetzt den Schläger von Haus aus nicht sehr fest greifen kannst, dann wird es keinen Sinn machen, dass du diesen locker hältst, weil du im Treffmoment Probleme bekommst mit dem Kontakt. Ich habe übrigens mit diesem selben Gerät einmal so herumgespielt, wie ich im Treffmoment zudrücke und welchen Druck ich habe, wenn ich im Setup bin. Und das mache ich dann immer so mit den letzten drei Fingern. Das ist zwar jetzt keine wissenschaftliche Überprüfung, aber es gibt so eine Idee. Und wenn ich da so zusammen drücke mit diesem Gerät, was ich dir eben gezeigt habe, dann sieht man immer im Setup, dass ich so circa 35 bis 40 Kilogramm Druck erzeuge. Mit den letzten drei Fingern meiner linken Hand und rechts wird es wahrscheinlich auch nicht weniger sein. Und im Treffmoment, wenn ich hier das so simuliere, dann habe ich ja über 40 Kilo. Jetzt musst du dir vorstellen, die meisten Hobbygolfer können gar nicht so fest zudrücken. Das heißt, die Idee, den Schläger ganz, ganz leicht zu halten, ist vielleicht nicht ganz optimal. Und ich habe auch ein paar Schüler von mir getestet, Hobbygolfer, wie sie die letzten drei Finger der linken Hand halten. Das kann man hier mit diesem Gerät ein bisschen eben testen. Und da habe ich oft nur so 5, 6, 7 Kilo gesehen. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du kommst hier mit 70, 80 Meilen pro Stunde mit so einem Eisen 7 an und greifst nur 4, 5, 6, 7 Kilo fest, dann wirst du, sobald du den Ball triffst, Kontaktprobleme haben. Er wird dir aus der Hand gedreht werden und du wirst unter Kontakte leiden, schlechte Kontakte leiden. Profigolfer greifen hier wesentlich fester im Treffmoment und wenn sie den Ball kontaktieren, dann verdreht sich die Schlagfläche nicht. Das heißt, ein guter Test wäre zum Beispiel, wenn du den Schläger mal in die Hand nimmst, dann hier deinen normalen Griffdruck machst und dann versuchst, die Schlagfläche zu verdrehen. Jetzt siehst du, dass ich das komplett konnte. Ich kann hier fast um die eigene Achse drehen. Das ist nicht gut. Wenn ich zum Beispiel das mit meinem Griffdruck mache hier, dann kann ich hier eigentlich das nicht verdrehen. Und das wäre auch die Idee, die du haben solltest, wenn du Golf spielst. Wenn du gute Kontakte haben möchtest, die unten, dass du fester zulangst. Hobbygolfern passiert das oft, sobald sie den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche treffen, dass der Schläger eben verdreht wird, verkantet wird. Der Ball geht in eine andere Richtung, die Energieübertragung ist nicht sehr gut. Und wenn du jemand bist, der am Schluss des Schlages so dasteht und hast den Schläger hier vertreten, der hat, ja, dann hast du wahrscheinlich den Griff verloren. Und das ist ein Zeichen dafür, dass du ihn zu locker hältst. Und bitte dich darum, versuch diesen Test hier, versuche ihn wirklich fest genug zu halten, dass wenn du mit dem Boden in Kontakt kommst, wie hier, den Boden richtig komprimierst, dass dann der Schläger eben nicht aus der Hand geht. So kommst du also nun zu besseren Kontakten, nur durch die Erhöhung des Griffdrucks. Ich möchte allerdings hier eins festhalten, bevor einige aufschreien. Ja, du kannst den Schläger fester halten, du kannst ihn sogar sehr festhalten, aber du möchtest auch gleichzeitig irgendwie eine Beweglichkeit noch im Handgelenk haben. Was du nicht möchtest, ist, dass du ihn so festhältst, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst. Und das kann man sehr wohl auch üben, dass man den Schläger festhält und trotzdem hin und her wackelt, so wie ich, rauf, runter, das geht. Ich bin zwar sehr kompakt mit dem Schläger allgemein hier, mit den Handgelenken, aber nicht super weich, aber auch sicher nicht super verkrampft. Bitte über, wie gesagt, fest greifen und trotzdem beweglich bleiben. Kommen wir zur Richtung. Wenn ich den Schläger zu leicht halte, dann bin ich ja gefährdet im Treffmoment, dass ich mit den Handgelenken unnötige Bewegungen mache. Also so ein Löffeln, ein Verkanten, alles Mögliche ist möglich. Sobald du hier fester greifst, kann das Handgelenk wesentlich stabiler durch den Ball gehen und du kannst auch wesentlich besser die Schlagfläche hier kontrollieren. Das heißt, ich möchte auch, wenn du hier mal Probeschwingen machst, dass du mal wirklich bewusst wahrnimmst, wie die Schlagfläche hier gerade durchgeht mit einem festeren Griff und spürst auch, wie du den Boden gut triffst. Da darf sich nichts rühren, nichts verdrehen und dann hast du das richtig. Das hilft dir definitiv bei deiner Richtung. So, jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Slice. Hobbygolfer neigen ja dazu, dass sie komplett überwinkeln. Sie überwinkeln deswegen häufig, weil sie die letzten drei Finger loslassen und das führt eben dazu, dass sie vor allem hier im linken Handgelenk mehr dorsale Beugung hier bekommen. Das Handgelenk ist zu viel gewinkelt und die Schlagfläche, ja, die öffnet sich dabei. Also es schaut dann ungefähr so aus. Ja, das ist die Schlagfläche, jetzt zeigt es hierher. Sollte eigentlich mehr so in diese Richtung hier zeigen. Dies passiert, wie gesagt, häufig deswegen, wenn man den Schläger zu leicht hält, wenn man die letzten drei Finger verliert, überwinkelt. Wenn du jetzt den Schläger fester hältst, kannst du hier weniger winkeln und du wirst auch das linke Handgelenk hier flacher haben, somit die Schlagfläche neutraler und nicht offen. Und das wird dir jetzt helfen, dass du wieder mit einer früher geschlossenen Schlagfläche zum Ball kommst. Du musst nicht erst kämpfen, diese offene Schlagfläche irgendwie wieder zum Ball hinzubekommen und das wird dir sehr helfen bei deinem Schwungpfad und bei deiner Schlagfläche selber. Also wenn du jemand bist, der im Video oft sieht, dass du hier viel zu weit schwingst, überwinkelt hier, unbedingt testen, ob dein Griffdruck eventuell zu leicht ist, feste greifen und versuchen, weniger zu winkeln. Das wird dir sicherlich mal fürs Erste helfen. Jetzt kommen wir dazu, warum die Hobbygolfer oft so Probleme haben mit dem Cast, also mit dem frühzeitigen Auflösen der Handgelenke. Wie vorhin eben erwähnt, ist es häufig so, dass Amateure eben überwinkeln, die letzten drei Finger aufmachen und sobald sie jetzt wieder zugreifen, entsteht das. Also du kannst dir richtig vorstellen, ich mache jetzt hier auf, drücke zu und dann entsteht das hier. Und das ist häufiger, als du glaubst. Und ich würde mir das unbedingt anschauen, falls du jemand bist, der eben sliced und noch zusätzlich das macht, ob du nicht zufällig die Finger hier aufmachst, greif den Schläger bitte fester. Und jetzt kommt mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ganz etwas Interessantes, was ich auch gesehen habe, sobald ich meinen Schülern gesagt habe, sie sollen fester greifen, ist, dass sie auf einmal deutlich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit bekommen. Ich hatte letztens einen Herrn bei mir, der hatte ungefähr 73 Meilen pro Stunde mit dem Siebenereisen. Ich habe ihm dann gesagt, er soll bitte fester zugreifen. Ich konnte sehen, dass sich der Schläger bei ihm verdreht im Treffmoment. Und als er das gemacht hat, hat er sofort 10 Meilen mehr gehabt. Das hat bei ihm fast über 20 Meter mehr Länge bedeutet beim Eisen 7. Also das ist etwas, was ich immer wieder sehe, was passiert, dass wenn man fester greift, kann man schneller schwingen. Warum kann man das? Das kann man deswegen, weil man hier im ersten Teil vor allem hier die Hände schneller runter bewegen kann. Einer der größten Hilfen für Schlägerkopfgeschwindigkeit ist es, wenn man hier im Übergang hier runter die Hände schnell bewegen kann, sehr früh. Das erzeugt Schlägerkopfgeschwindigkeit. Wenn du da super locker bist, dann verlierst du dich komplett. Das wird nicht funktionieren. Also noch einmal fester greifen. Zurückkommend zu der Zahnpasta. Also wenn ich jetzt das jetzt hier angreifen müsste, hier diese Zahnpasta. Ich mache den Deckel jetzt nicht auf, aber ich kann mir das richtig vorstellen. Und jetzt würde ich jetzt mein Setup machen. Ja, dann würde ich den ganzen Boden hier voll mit Zahnpasta voll sprühen. Also bitte vergesst das mit der Zahnpasta, vergesst das mit dem Vogel. Testet die Griffstärke, schaut, was euch gut tut. Ich bin überzeugt, dass du zu leicht greifst und wenn du es nicht tust und das Gefühl hast, dass du eben komplett verkrampft bist, dann trainiere, dass du festgreifst, aber trotzdem die Handgelenke und die Arme entspannter hast. Ich habe vor kurzem ein Video gedreht, wo es darum geht, wie man sehr einfach mit einem einfachen Konzept Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen kann. Das Prinzip der parametrischen Acceleration solltest du unbedingt kennen und hier oben habe ich ein Video für dich, eben dieses. Das sollst du dir unbedingt anschauen in Verbindung mit dem Griffdruck, was wir heute gemacht haben. Eine tolle Sache. Also bis gleich drüben. Tschüss.